Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge bei RawFutureTV! Schön, dass ihr wieder dabei seid! Ich möchte mit euch heute ein schnelles Rezept machen und auch ein einfaches, aber sehr, sehr leckeres Rezept. Ich esse das sehr gerne zum Frühstück, weil es sehr viele gesunde Kohlenhydrate und Eiweiße beinhaltet. Es beinhaltet sehr wenig Fett, also für alle diejenigen, die weniger Fett in ihren Ernährungsplan integrieren wollen, ist dieses Rezept auch ideal. Und zwar möchte ich mit euch heute einen Hanfschokoladenpudding machen, dessen Hauptzutat Bananen sind. Also wie ihr hier seht, vier reife Bananen, es ist wichtig, dass sie reif sind. Und fünf Esslöffel Hanfmehl. Hanfmehl ist sehr proteinreich. Und dann haben wir hier noch ein Esslöffel rohes Kakaopulver und ein Esslöffel Karoppulver. Ihr könnt natürlich jetzt auch zwei Esslöffel Kakaopulver nehmen oder zwei Esslöffel Karoppulver, je nachdem, wie ihr das gerne aufteilen möchtet. Beziehungsweise könnt ihr auch mehr nehmen, wenn ihr Schokoladiker mögt. Dann habe ich jetzt hier sieben Deckelitnord-Datteln, das entspricht ungefähr 40 Gramm Datteln. Ein bisschen Kakaonips. Ich habe jetzt hier einfach mal fünf rohe Kakaobohnen genommen, diese geschält und das dann zerkleinert. Man kann diese Schokonips aber auch im Handel kaufen. Dann haben wir hier noch einen Teelöffel Maka-Pulver und einen halben Teelöffel Vanillepulver. So, das ist eigentlich, das ist die Zutatenliste. Wirklich absolut köstlich, bringt Energie für den Tag, absolut gesund. Veganer Hanf-Bananen-Schokopudding in Rohkost-Qualität. So, und dann fangen wir mal an. Und zwar schälen wir jetzt die Bananen und füllen die jetzt hier in diesen Mixer. Ich empfehle hier einen Hochleistungsmixer zu verwenden, wie zum Beispiel den Vitamix. Wie in meinem Fall. So, ich habe jetzt alles bis auf diese Kakaonips in den Mixerbehalter getan. Mache jetzt hier den Deckel drauf und stelle das dann erstmal auf die niedrigste Stufe. Dann können wir das langsam nach oben stellen und mit dem Stößel gegebenenfalls die Masse nach unten drücken. So, ich komme an. Und das reicht dann auch schon. Dann fülle ich das hier in diese Schüssel. Und füge die Kakaonips hinzu. Und fertig ist unser Hanf-Bananen-Schokoladen-Pudding. Und vegan und in Rohkost-Qualität. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und ich konnte euch inspirieren in Sachen leckere, gesunde Nachtische bzw. Rohköstlichkeiten. Auch besonders zum Frühstück sehr interessant. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, mehr Rezepte rund um die vegane Rohkost, dann abonniert doch den Kanal. Gebt dem Video eine positive Bewertung. Ich würde mich auch über eure Feedbacks, Kommentare freuen. Ich wünsche euch alles Gute und sagt es bald. Ich wünsche euch alles Gute und ich wünsche euch alles Gute.